Yo, ist klar und jetzt schmeißt er mir auf einmal einen Schuriken vor den Kopf, wenn er von da oben runter kommt. Ist er behindert oder was? Hat er vorher nicht gemacht. Bin ich zu gut durchgekommen durch das Spiel bis jetzt. Ja, noch kein Continuum verbraucht uns schon hier. Ja, noch nicht. Wie kann man denn da inzwischen kommen? Ganz ernsthaft. Das geht doch gar nicht, ohne Schaden zu nehmen. Ha. Nein, schon wieder so eine Scheiße, Mann. Das ist total unfair. Ja. 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 Nein, und dann macht ihr den Doppelsprung wieder nicht! Ey, ich fasset nicht, Mann! Ich möchte nicht wissen, wie viel Leben ich jetzt schon aufgrund beschissener Steuerung verloren habe. Und sowas finde ich echt ätzend, weil das hat mit spielerischem Skill oder so gar nichts mehr zu tun. Da, schon wieder kein Doppelsprung! Jo, ist klar! Und jetzt schmeißt er mir auf einmal ein Schuriken vor den Kopf, wenn der von da oben runterkommt. Ist der behindert oder was? Hat er vorher nicht gemacht! Bin ich zu gut durchgekommen durch das Spiel bis jetzt? Das ist wieder so typisch für solche Spiele! Noch dazu fühle ich mich von der Musik verhöhnt! Gott, wer von der alte Dinger da hinten ist mir doch scheißegal! Da, wieder kein Doppelsprung! Ja, ist klar! Boah! Boah! Irgendwer hat diese Stelle ist dir angetan! Ne, das ist einfach, das ist nicht diese Stelle im Speziellen, das ist einfach Doppelsprung, der nicht funktioniert! Boah! Boah! Hauen wir da mal ne Doppelbombe rein! Ja! Dann will er wieder nicht! Über den Dächern von Manhattan! Oder wo auch immer! Ist mir eigentlich auch egal! Oh, wie viele Bomben! Oh! Oh nein! Das ist natürlich genau da! Doppelbombe rein! Doppelbombe rein! Ja! Doppelbombe rein! Ja, alles klar. Alles klar. Scheiß Doppelsprung. Kacke hier. Da, warum macht der Leise Doppelsprung nicht? Yo. Sprung ins Ungewisse. Moment, ist das jetzt da ein Loch im Boden oder nicht? Natürlich ist es ein Loch im Boden. Na klar ist es eins. Das könnte man vielleicht auch ein bisschen kenntlicher machen. Ist da jetzt gerade eine Nonne runtergefallen? Moment mal. So. Da. Oh. Oh. Das war's für heute. Ja, ich versteh das jetzt nicht. Muss ich da jetzt weiter rüber? Oder wie? Oder was? Oder warum? Ja. Oh nein, Mann! Boah, ist aber wieder ein geiler Tag heute. Ja, es passt irgendwie nicht. Ich bin mir mal, Mann. War ja weiter. Runter, du scheiß Blattermann. Und man muss einfach in Kauf nehmen, dass man getroffen wird an der Stelle. Geht gar nicht anders. Oh, jetzt wird's geil. Und wenn er jetzt nicht den Doppelsprung gemacht hätte, wäre ich ausgerastet. Wieder mal. Jo, alles klar. Schmeiß mich mal hier zwischen 5 Milliarden Feinde. Oh, das war's. Jaaaaaah, hab ich immer noch Glück gehabt. Ich könnte echt im Kreis kotzen, grad. Ja, jetzt kommt bestimmt ein Endgegner. Und ich hab nur noch einen, einen, einen Streifen, ja. Was? Wer ist er denn, der Diskoteufel, oder was? Wer sind? Ja, jetzt. Wer ist der Sinn? Ich bin da bist du. Ich bin da. Ich bin da. Jetzt kann ich das. ? ? ? ? ? ? ? ? . Puh. Hi Alex. Ja, das ist Revenge of the Shinobi.